Wie ist der Kollege von meiner Seite? Der Kollege hat gesagt, er will mich nicht vorstellen. Ich muss das selber machen. Wie man aus dem Dialekt vielleicht hört, ich bin kein Deutscher, ich komme aus Österreich. Darum auch eine kleine Bitte vorweg. Es kann sein, dass ich leicht meinen Dialekt abdrifte. Bei den letzten Monitoring-Konferenzen war es oft so, dass die Herrschaften mit großen Augen angeschaut haben und ich gesagt habe, interessiert euch das Thema? Wir haben gesagt, nein, wir verstehen die einfach nicht. Sollte es Unklarheiten geben bezüglich dem Inhalt oder eben meiner Aussprache, dann bitte ich die gleichzustellen. Sollte es Fragen, Diskussionen und Anregungen geben, würde ich bitten, dass wir die am Ende dranhängen. Kurz zu mir. Ich komme aus Österreich, bin seit offiziell 13 Jahren in der IT tätig. Ich bin seit 20 Jahren primär auf dem BZ herum und seitdem ich, keine Ahnung, 10 Jahre alt bin, habe ich in Zephyrus jetzt gehabt. Also bin sehr IT-affin. Die Firma, für die ich arbeite, stelle ich später vor. Das Thema für heute ist zielgruppenorientiertes IT-Service-Monitoring. Zugegeben klingt ein bisschen geschwollen. Die Idee dahinter ist folgendes. Wir haben in unserer Firma angefangen, die IT-Services und die Monitoring-Tools zu konsolidieren, dass wir ein Tool haben, das allen Ansprüchen gerecht wird. Mit dem Effekt, je nachdem, welche Monitoring-Lösung wir gebaut haben, irgendwer hat immer gesagt, stehe ich nicht, stimmt nicht, ist was anderes. Im Prinzip heißt es so viel, dass wir die Zielgruppen berücksichtigen, wer will welche Informationen haben und das Ganze anhand von IT-Services. Nicht mehr die klassische Trennung, okay, ich mache Server, ich mache Netzwerk, ich mache Applikationen, sondern das Ganze ein bisschen strukturierter aufgebaut. Was kommt heute auf euch zu? Mit der Vorstellung habe ich angefangen. Dann ein bisschen Theorie zu dem Thema, dass wir alle ungefähr auf dem gleichen Level sind und ihr meinen Gedankensprüngen ein bisschen folgen könnt. Der nächste Punkt ist, wie schaut es aus, Monitoring im Gegensatz zur Realität. Wir monitoren etwas, ist für alle meistens das Gegebene. Wenn es Monitoring schreit, dann ist es kaputt. Wenn man das Ganze korreliert, die Daten, dann schaut es schon etwas anders aus. Und dann geht es einfach daran zu sagen, oder ich möchte euch zeigen, wie sind wir an das Problem herangegangen, was haben wir gemacht damit und am Ende halt eine kurze Zusammenfassung. Gut, unser Unternehmen und wie schaut es aus bei uns mit Monitoring? Ich vermute mal, keiner von euch hat ein Wasserkraftwerk oder eine Papiermaschine daheim. Deswegen wird er die anderen vermutlich nicht kennen. Wir haben vier große Sparten. Wasserkraft, Hydro das erste. Da geht es um Turbinenbau, um Generatorenbau, Pumpen und alles, was in diese Richtung fällt. Bulb and Paper ist der Bau und die Herstellung von Papiermaschinen. Metals hat leider nichts mit der Musik zu tun, sondern es geht einfach darum, die Metallverarbeitung beziehungsweise Maschinen für die Metallverarbeitung herzustellen. Und die letzte Sparte, die kleinste in diesem Fall, die Separations, das heißt Fest- und Flüssigtrennung. Herstellung von Pellets, Zentrifugen und so weiter. Ja, der Hauptsitz ist in Graz. Wir haben weltweit 220 Produktionsstandorte mit kleineren Offices und so weiter, kommen wir leicht über 300. Mitte des Jahres hatten wir 23.800 Mitarbeiter und vom Umsatz her sind wir bei fast 5,2 Milliarden gewesen im letzten Jahr. Also für österreichische Verhältnisse ein recht großes Unternehmen. Wie schaut es mit dem Monitoring aus? Aktuell haben wir 1500 Hosts, die wir überwachen. 800, 8700 Services, wobei da sehr viel mit Checkmulti gemacht worden ist. Ah, kurze Frage in die Runde. Wer setzt Nagios ein? Isinga? Kannst von beiden? Ah, herrlich. Zumindest nur einer. Oder? Gut. Also, es können alle mit den Begriffen Hosts, Services, Contacts und so weiter was anfangen. Sehr gut. Ja, unser Server ist relativ gut ausgelastet mit ca. 805, ca. 805 Checks pro Minute, die er ausführt und Alarmierungen gehen, das ist Stand Jänner, knapp bis 650 pro Tag hinaus, die irgendwer im Admin sagen, dass was zum Tun wäre. Also, grundsätzlich tut ganz gut. Wir haben knappe 170 Kunden, die teilen sie auf in IT-Administratoren oder Infrastruktur-Administratoren. Ich glaube, das ist der klassische Ansatz, wie man Monitoring betreibt. Irgendein Teil funktioniert nicht, Admin wird alarmiert, beziehungsweise ich kriege Performance-Daten, repariert das, fertig. Wir haben Applikations- und Serviceverantwortliche. Wie der Service aufgebaut ist, dazu kommen wir später kurz. Und wir haben Competence Center. Competence Center sind globale Teams, wo die besten, schönsten, schnellsten Administratoren zusammengefasst werden und Strategien entwickeln. und natürlich noch das IT-Management, die quasi uns sagen, was wir zu tun haben. Unsere Regionen, Schwerpunkt liegt auf Europa. Die seltsame Aufteilung, dass wir drei Arten von Europa haben, liegt an den Verantwortungen der IT-Manager, ganz einfach. Wir haben noch einen Teile in Asien und in den USA auch. Also von den Zahlen her, wen es interessiert, der kann sich später anschauen. Ja, und seit Juni überwachen wir unsere Infos zu dem Dissinga. Davor war es einfach Nagios. Jetzt zur Theorie. Was ist ein IT-Service? Was ist ein Schichtmodell? Und was verstehe ich unter Zielgruppen? Ja, ich glaube, lesen kann jeder selber. Ich möchte es gar nicht vorlesen, weil ich schlechter Vorleser bin. Grundsätzlich einmal die Definition von IT-Service-Management bitte selbst zu lesen. Gut, ich möchte da auf zwei Punkte genauer eingehen, nämlich einerseits auf die Kunden- und Serviceorientierung und im zweiten Punkt auf für den Kunden sichtbare IT-Services. Netzwerk ist zum Beispiel IT-Service, was der Kunde nicht sieht, nicht angreifen kann. Seit WLAN schon überhaupt nicht mehr. Aber das sind einfach Services, die werden bereitgestellt für andere Dienstleistungen, sind quasi da, aber ist kein Service, das der Kunde wirklich selbst benutzt, außer eben das Netzwerk Kabel an sich. Also nicht wirklich sichtbar. Ein sichtbares IT-Service ist für einen Kunden zum Beispiel ein ERP-System, ein Buchhaltungsprogramm, ein Zeichenprogramm, wie auch immer. Und Kunden- und Serviceorientierung soll heißen, egal wie wir die IT betreiben, im Endeffekt ist es wichtig, dass wir das Service dem Kunden zur Verfügung stellen. Egal wie toll, wie schön, wie perfekt wir ein Tool finden, es muss im Endeffekt dem Nutzen des Kunden entsprechen. Aufbauend auf das gibt es ein Schichtmodell. Das Schichtmodell, damit habe ich mich während meiner Diplomarbeit beschäftigt und der Michael Lübben hat vor zwei Jahren einen Vortrag gehalten und er hat einfach das bessere Modell gehabt. Darum hat er mir erlaubt, die auf ihn zu referenzieren und auch sein Modell so weit einmal ein bisschen herzunehmen für die Präsentation. Es ist nicht ganz gleich, aber ja, wir werden es gleich sehen. Grundsätzlich mal, wir nehmen als Baukasten das IT-System als solches her oder das IT-Service als solches her, was im Endeffekt den Kunden nutzen oder der Kunde nutzt. Als Basis davon nehmen wir mal das Netzwerk her und auf dem Netzwerk aufbauend kommt eine Serverschicht. Die Serverschicht beinhaltet einerseits die Hardware, andererseits aber auch Betriebssysteme oder beziehungsweise die Parameter, die wichtig sind, um einen Server zu betreiben. Der nächste Punkt zu den Komponenten eines IT-Services. Eine Komponente kann sein, eine Software, aber auch ein Device, ein Hardwaregerät in dem Fall. Das kann jetzt sein, eine Datenbank, die auf dem Server läuft oder in dem Fall ein Storage-Device, NetApp, whatever. und das oberste Punkt kommt die Applikation. Die Applikation ist das, was der Kunde sieht, was der Kunde benutzt. Wofür braucht man ein Schichtmodell? Grundsätzlich lässt sich mit dem Schichtmodell die ganze Arbeit rund ums Monitoring vereinfachen und besser erklären beziehungsweise die Schichten bauen aufeinander auf. Das heißt, wenn das Netzwerk nicht verfügbar ist, kann ich den Server weder betreiben noch überwachen. Wenn gewisse Komponenten auf dem Server installiert sind und nicht funktionieren, dann wird die Applikation im Endeffekt nicht funktionieren. Die Applikation, so wie sie da aufgebaut ist, soll einfach eine einfache Web-Applikation darstellen. Das ist ein Frontend-Cluster hier, der Datenbank benötigt und Files-offen-Storage ablegt. Sehr einfaches Beispiel, das man, glaube ich, sehr oft irgendwo sieht. Würde die Datenbank ausfallen, könnte unsere Web-Applikation nicht richtig funktionieren. Diese vier Komponenten bilden die Infrastruktur, so wie wir sie, glaube ich, klassisch überwachen. Jeder überwacht eine Applikation, eine Netzwerkkomponente, eine Datenbank, was auch immer. Ein Punkt fehlt bei dem Ganzen, nämlich die Präsentationsschicht. Die Präsentationsschicht ist eigentlich das, was beim Kunden nachher wirklich vor Ort funktioniert und nicht funktioniert. In dem Fall ist es zum Beispiel ein Web-Browser, kann aber im gleichen Sinne irgendein SIG-Client sein, zum Beispiel ein SAP-Client, was bei uns immer sehr häufig ist, eine CAD-Anwendung und damit arbeitet einfach der Kunde und der Kunde sieht eigentlich nicht nur die Präsentationsschicht. Im Endeffekt ist ihm der Rest egal. Muss er auch nicht wissen. Unser Hans fährt mit dem Auto. Ich weiß nicht, wer alles weiß, wie Einspritzung funktioniert, beziehungsweise wer seine Stoßteinverserver baut oder einbaut. Grundsätzlich ist es, es ist ja wurscht, das Auto muss fahren und das ist die Sicht des Kunden auf die IT. So, gibt es dazu Fragen? So eine alle Woche? Na? Schade eigentlich, Kaffee gibt es aber noch draußen, glaube ich. Wie schaut es mit den Zielgruppen aus? In unseren Unternehmen gibt es im Großen und Ganzen vier Zielgruppen, die unterschiedliche Anforderungen ans Monitoring-System haben. Die erste, unser Monitoring-System spuckt drei Dinge aus. Einerseits Alarme, das zweite, es stellt die GUI zur Verfügung, wo wir Dashboards zur Verfügung stellen und das dritte sind klassische Reports oder Reports in diesem Sinne. Die erste Kundengruppe bei uns sind die Administratoren, IT-Administratoren. Wie vorher schon erwähnt, ich überwache irgendwas, irgendwas geht kaputt, ich hätte gerne einen Alarm dafür, beziehungsweise ich würde gerne meine Komponenten, für die ich verantwortlich bin, im IT-Service-Overview einfach sehen und wenn was nicht funktioniert, entsprechend handeln können beziehungsweise entsprechend verständigt werden. Das zweite Level ist bei uns das IT-Management. Die Herrschaften wollen nur bedingt Alarme kriegen, bedingt deswegen, weil im Endeffekt ein IT-Service länger down ist oder länger nicht verfügbar ist, würden sie es doch gern wissen, aber im Endeffekt möchten sie es gegebenenfalls in ein Dashboard reinschauen, aber das Wichtigste ist dann in und bei uns die Reports, das heißt, nach einem Monat gesehen, wie war die Verfügbarkeit von diesem und jenen IT-Service. Die User an sich haben bei uns keinen Zugriff auf das Monitoring-System. Warum da jetzt ein graues Häkchen ist, das ist die Verbindung über den Service-Desk. Das heißt, der Service-Desk, der mit dem User quasi versucht, Probleme zu lösen, sollte die Möglichkeit haben, zumindest zu sehen, sind unsere Services up and running. Und jetzt gibt es Normal-Management, aber das ist mal im Business-Bereich und da geht es rein um Reports, die im Endeffekt darstellen, wie war die Service-Qualität Punkt aus und wo kann man Verbesserungen einlasten beziehungsweise wo kann man an der Schraube drehen, um Kosten zu sparen beziehungsweise wo braucht man einfach mehr Geld im Endeffekt, um die IT-Services stabiler, besser, schneller zu machen. Wie passen die zwei jetzt zusammen? Die IT-Administratoren möchten die Details von jeder Schicht wissen im Prinzip. Bei uns aus diesem Grund, da jeder Administrator für etwas anders verantwortlich ist. Wir haben eine Gruppe Netzwerk-Administratoren, eine Gruppe Server-Administratoren, dann gibt es zwei IT-Für-Datenbanken, verantwortlich für den Storage und im Endeffekt Applikations-Administratoren, die eigentlich nichts anderes machen als schauen, dass die Applikation läuft. Die Präsentationsschicht ist bei uns deswegen nicht ganz so interessant für die Administratoren, weil wir eine klare Trennung zwischen Client und Backend haben. Ist zwar wichtig zu wissen für den Administrator, aber im Endeffekt ist es in manchen Kollegen einfach wurscht, ob der User arbeiten kann oder nicht, Hauptsache ist als Service-Rent. Der Ansicht des IT-Managements ist hauptsächlich auf die Infrastruktur als Ganzes, nicht nur diese Detail-Schicht und eben funktioniert mein IT-Service als solches. Die User, wie gesagt, Präsentationsschicht als andere, egal. Und das Management andererseits ordnet es gleich ins User-Level ein, Sie wollen mit Ihren Applikationen arbeiten können und wenn was nicht geht, schreien Sie ganz einfach beziehungsweise die gleiche Schicht mit dem IT-Service. Das heißt, wenn das IT-Service als solches verfügbar ist, man will einen Status ad hoc haben, man will einen Status oder einen Bericht haben über einen Monat, über ein Jahr. Das sind so die Informationen, wie kommen die einzelnen Zielgruppen oder Interessensgruppen zu ihren Informationen. Das ganze Thema hat sich aus einer gewissen Faulheit heraus entwickelt, nämlich der erste Ansatz war für jede Zielgruppe ein eigenes Monitoring aufzubauen. Hat das Problem gehabt, die Daten haben nicht korreliert, das heißt, die User haben nicht arbeiten können, das Management hat einen Report gekriegt, wo alles grün war und die Administratoren haben ihre eigenen Checks gehabt und waren ständig nur mehr am Schrauben. Also grundsätzlich, die Daten haben nicht korreliert und das Ziel aus dem Ganzen war heraus, so wenig Monitoring wie möglich zu betreiben und so viel Kunden wie möglich zu finden zu stellen mit den Informationen. Ja, das Ziel unterschiedliche Aufbereitungen von den selben Monitoring-Informationen. Die Unterscheidung liegt im Detailgrad, die die ganzen Zielgruppen oder die ganzen Interessensgruppen haben wollen und die Informationen müssen im Endeffekt korrelieren, weil wenn sie nicht zusammenpassen, gibt es Diskussionspunkte und eigentlich ist nachher im Endeffekt das Monitoring schuld, weil es irgendwas falsch überwacht hat. So, wie schaut es in der Realität aus? Nehmen wir nochmal unser Servicejahr. Geht das jetzt ein wenig, na gut, Zeit haben wir ein bisschen. Ein wenig schneller durch. Das heißt, im Prinzip soll es so ausschauen. Ihr habt Netzwerkkomponenten, diese Netzwerkkomponenten stellen die Strecke vom Enduser zur Infrastruktur dar. Das heißt, sind in diesem Fall unverknüpft, wenn eines davon ausfällt, kann der Enduser nicht mehr auf seine Services zugreifen. Das nächste sind die Hallo? Das nächste sind die Server. Wir sehen die zwei Webserver, die redundant ausgelegt sind in diesem Beispiel. Das heißt, oder verknüpft, logisches oder in dem Fall. Das heißt, fällt einer der beiden Webserver aus, der User kann trotzdem arbeiten. Die Datenbank ist nur ein einzelner Teil, beziehungsweise der Datenbank-Server in dem Fall. wenn der ausfällt, gleiches Problem, Service funktioniert nicht. Komponenten. Die Komponenten sind jetzt die Datenbank-Applikation selber und die Storage. Beide auch einzeln ausgelegt. Das heißt, im Endeffekt, falls aus, geht es nicht. Gleiches Spiel. Und im Endeffekt die Applikation, das heißt, im Endeffekt muss die Applikation, also der Webserver, auch noch funktionieren. Das würde bedeutend, dass der User arbeiten kann. Alles grün, alles einfach, passt. Alle vier Gruppen bekommen die gleiche Information des Services Up and Running. So. Wenn alles immer funktionieren würde, bräuchte man kein Monitoring. Wie schaut es aus, wenn einer der Webserver ausfällt? Aufgrund dieser Abhängigkeiten und dieser Verknüpfungen und oder und so weiter, sieht man, dass zwar die Administratoren die Information bekommen, die Applikation funktioniert nicht, aber sie das nicht weiter nach oben repliziert. Nämlich, ein Webservice ausgefallen, das Service als solches funktioniert weiterhin, die Information stimmt eigentlich für alle vier Interessensgruppen. Nämlich, das IT-Service als solches funktioniert, aber eine Komponente ist ausgefallen. So. Das ganze System hat jetzt in unserer Welt, wahrscheinlich auch in eurer, zwei Probleme. Erstes Problem? Irgendeine Idee? Richtig. Das ist einer der Punkte, die hinten nachkommen. Irgendwann muss man das nachziehen und Infrastrukturen haben momentan tendenziell das Problem, dass sie sich ändern. Und das ist einer der wichtigen Punkte. Alles, was ich hier aufbaue, muss ich kontinuierlich ändern, weil es dann stimmt einfach noch einem halben Jahr, nach einem Jahr nicht mehr. Sonst nur irgendeine Idee für ein Problem? Hat sich irgendwer schon mit IT-Service-Monitoring in dieser Art und Weise beschäftigt? Na doch, ein paar. Also, ich hoffe nachher auf Feedback-Input, dass wir uns etwas verbessern können. Bei uns schaut es leider meistens so aus, oder meistens gelegentlich, sagen wir ehrlich, dass der User nicht arbeiten kann, obwohl alles grün ist im Monitoring. Wo suchen wir den Fehler? Grundsätzlich mal. Das heißt, die Präsentationsschicht baut in Wirklichkeit bei uns nicht auf den anderen Schichten auf, sondern dazwischen gibt es ein Gap. Zwischen ich monitore meine Infrastruktur und darüber ist die Realität für den User. Das heißt, wir müssen irgendwas einbinden, das den End-User simuliert, beziehungsweise auch die Welt des End-Users darstellt. Und damit kommen wir auf ein Level, wo wir sagen, okay, theoretisch alles, was der Administrator kriegt, ist grün und funktioniert, aber irgendwie muss er die Info nur kriegen, dass der End-User nicht arbeiten kann. Zweites Problem. Ah, da geht es noch weiter. Hoppala. Ja, das heißt, bei uns heißen die Dinge End-to-End-Messung. Es gibt nur Bezeichnungen wie End-User-Experience-Monitoring und was auch immer. Auf jeden Fall ist diese oberste Schicht eigentlich getrennt zu sehen von den vier unteren Schichten. Und es gibt einfach dazwischen eine klare Trennung. Und dieser Gap muss irgendwie gefüllt werden. Das Problem ist, egal wie viele Komponenten ich monitore und genau das Thema mit dem mit der Komplexität und mit dem Ändern der Infrastruktur, man kommt mit Ändern nicht mehr nach. Das heißt, grundsätzlich sollten diese vier Schichten, die unteren vier Schichten sollten den Administrator dienen, die oberste Schicht sollte den User widerspiegeln und im Endeffekt nachher dem User dem Management beziehungsweise dem IT-Management zeigen, wie gut hat das Service wirklich funktioniert. Zweites Problem bei dem Ganzen, wir haben es jetzt eigentlich eh schon mal angesprochen, der Main schaut zur einfache Infrastruktur. Bei uns schaut es neu so aus, wir haben eine normale Warnstrecke, dazu gibt es natürlich eine Backup-Strecke über VPN, Datenbank und Storage sind nicht redundant, aber zumindest sollten wir es redundant ganz ein Netzwerk anbinden und im Endeffekt gibt es einen Haufen Sachen, die unseren Admins einfallen, um die Infrastruktur schön kompliziert zu halten. Das heißt, diese Abhängigkeiten nachzubilden mit Logik, mit und, mit oder, die auch noch am Ende stimmen, ist Heidenaufwand. Das heißt, grundsätzlich aus dem ergibt sich, es gibt zwei Möglichkeiten, einen IT-Service darzustellen. Beide Möglichkeiten zielen darauf ab, den Status im Monitoring dem User-Empfinden gerecht zu werden. Der User kann nicht arbeiten, der User beschwert sich beim Management, die IT sagt, es war alles okay, Streitfrage. Das heißt, der erste Punkt ist eben, diese Abhängigkeit aufzubauen aus den einzelnen Monitoring-Schichten. Das Problem dabei ist, ist erstens einmal ein komplexer Aufbau und je größer die Infrastruktur ist, je mehr Warn, je mehr Redundanzen drinnen sind, desto komplizierter wird es, das Ganze aufzubauen. Man wird nie 100% All-Abhängigkeiten erschlagen können, weil es gibt Konfigurationsprobleme, es gibt noch immer den Client, den wir zum Beispiel überhaupt nicht überwachen wollen, weil unser Unternehmen ist so aufgebaut, dass kleinere Firmen zugekauft werden, die lokale IT haben und die alle sehr unterschiedlich arbeiten, die unterschiedliche Guidelines haben, wie sie ihre Clients aufsetzen und so weiter. Das heißt, man kann das global nie auf die Reihe bringen. Ein Vorteil von diesem System ist aber, man hat eine Drill-Down-Funktion. Wenn meine Applikation nicht funktioniert, kann ich mich nach unten bewegen und sagen, es gibt ein Root-Course für das Problem. Es gibt irgendwo einen Punkt, da hat es angefangen. Aufgrund der Komplexität von dem Ganzen ist es nur sinnvoll, wirklich relevante Objekte einzubinden. Relevant heißt, der Admin muss das Problem lösen können, der Admin muss wissen, worum es geht und das Problem muss irgendwie mit, oder die Komponente muss irgendwie mit dem IT-Service als solches zu tun haben. Wie gesagt, das ist auch eine Sicht, die das IT-Management oder das Serviceverantwortliche gerne hat, weil im Endeffekt, wenn da innen alles grün ist, kann er sagen, mein IT-Service hat funktioniert, warum der End-User nicht arbeiten kann, klein Problem und tschüss. Die zweite Sicht ist, das End-User-Verhalten zu simulieren. Das heißt, grundsätzlich bringe ich damit die gesamte Messstrecke zusammen, ohne aber auf Details einzugehen. Das heißt, ich kann ungefähr das simulieren, wie geht es dem User, oder hat er ein Problem oder hat er kein Problem. Allerdings in diesem Fall habe ich keine Möglichkeit zu sagen, das war die exakte Fehlerquelle. Habe ich nicht arbeiten können, weil das Netzwerk nicht funktioniert hat, habe ich nicht arbeiten können, weil die Applikation so langsam war, der Webserver gestanden, wie auch immer. Das heißt, am sinnvollsten, oder wir haben versucht, für unsere Applikationen und unsere Services hier einen Mittelweg zu finden und zu sagen, wir kombinieren diese beiden Ansätze. So, bitte. Die Frage war, wenn man End-User-Monitoring macht, das ist noch immer nicht die ganze Wahrheit, die der User sieht, was gibt es für uns Vorteile, das zu machen? Bei uns ist das Problem, oder das Schöne an der Infrastruktur, dass wir sehr global aufgestellt sind. Das heißt, wir haben viele Standorte von außen und oft geht es eher um die Information beim End-User-Monitoring, kann der Standort auf die Applikation zugreifen? Das heißt, in unserem Fall ist es so, dass wir die Applikation überwachen, aber sehr rudimentär, das sagen, also die Web-Applikation, ich versuche von Standort, also, wir haben viele größere Datacenters und viele Applikationen, viele Services sind zentral gehostet, ich nehme jetzt als Beispiel Graz und ich habe in Graz eine Datenbank, möchte aber über meine Web-Applikation in USA auf diese bei Datenbank schreiben. Schöne Latenzzeit, aber zumindest es muss funktionieren. Das heißt, ich habe am Standort in den USA, in dem Atlanta heißt zum Beispiel, die Möglichkeit zu messen, erreiche ich von Atlanta die Datenbank und wenn ich Daten, Sample-Daten aus der Datenbank hole, wie lange dauert das? Das heißt, es hat mir ein End-User-Verhalten, in dem Fall nicht wirklich was zu tun. Es gibt aber uns die Möglichkeit zu sagen, unser Service funktioniert und wenn ich das jetzt auf der User-Ebene hebe und sage, ich habe eine Web-Applikation, die läuft in Graz, dann kann ich mich zumindest auf die Web-Applikation einloggen und zu sagen, okay, reicht mir die Information und zu sagen, okay, meine Web-Applikation funktioniert. Den Gap, dass du nie wirklich den User 100% nachstellen kannst, den wirst du immer haben. Ist das soweit? Okay. Gut. Wie haben wir angefangen, die Dinge umzusetzen bei uns? Zuerst einmal unser Monitoring-Team. Wir sind zwei Personen, was im Endeffekt heißt, wir sind 1,3 Mitarbeiter. Nach Stunden gerechnet oder der Kollege ist jetzt besonders klein, sondern einfach nur, das ist die Zeit, die wir aufwenden, um das Monitoring zu betreiben. Das heißt, da ist der komplette Betrieb, Planung, Projekte, Consulting, alles drinnen. Mein Chef meint, es reicht. Ich finde, sie sind ein wenig unterbesetzt für die ganzen Themen, die wir uns aufschlagen. So oder so. Wir müssen damit umgehen. Das größte Problem mit der ganzen Geschichte ist, wenn wir beide Microsoft-Admins. Also, alles, was man mit der Maus bedienen kann, anklicken kann, noch googeln kann, ist super. Sobald man im Forum eine Meldung kriegt, schreibt das Plugin um. Schauen wir uns beide groß an und suchen ein neues. Im Endeffekt, übrigens Stichwort Forum, ich weiß nicht, wer das Monitoring-Portal kennt, ein großes Lob und ein großes Dankeschön an alle, die hier mithelfen, mitsupporten. So coole Informationen kriegt man nirgends im Web über Isinga, über Nagios. Also, es war eine ist- und wahre Riesenhilfe für uns bis jetzt. Es gibt ein führendes Monitoring-Tool, seit neuersten Isinga, früher Nagios. Führendes Monitoring-Tool heißt, wir versuchen alles oder so viel wie möglich mit dem Produkt zu erschlagen. Das heißt, Netzwerk-Monitoring, alles und es gibt auch nur eine Instanz davon. Spezialistensysteme wie HP-SIM, Oracle, Data, Grid, Manager und wie sie alle heißen, werden angedockt, aber bleiben weiterhin Expertensysteme. Wir versuchen nicht, Expertensysteme nachzubauen. Ja, und aus dem Problem, dass wir Microsoft-Admin sind, haben wir das nächste Problem, wir können nur Standard-Adons verwenden, weil wir nichts selber schreiben können. Beziehungsweise mit dem zeitlichen Aufwand, selbst was zu entwickeln, ist nicht. Nach dem A-Schichtenmodell nicht reicht, haben wir uns gedacht, wir machen ein neues. Stimmt nicht so. Der Punkt ist der, dass wir das Schichtenmodell einfach ein wenig umformuliert haben, um es den Kunden, also IT-Managern und Leuten, die mit IT-Monitoring nichts zu tun haben, verständlicher darzustellen und vor allem unser Service-Monitoring besser verkaufen zu können. Das heißt, es gibt ein Plattform-Monitoring, das beinhaltet die Hardware, Betriebssystem und zwar Basis-Connectivity. Aus dem vorigen Schichtmodell umfasst das Server- und die Netzwerkschicht. Es gibt Applikations-Monitoring, da ist alles drinnen, was irgendwie für den Betrieb der Applikation verantwortlich ist, sind Services, Prozesse, Files überwachen, Datenbanken, whatever. Das umfasst zwei Schichten von vorher, das Applikations-Monitoring und das Komponenten-Monitoring. Nachdem wir ja doch ein wenig Erfahrung haben, haben wir gesagt, okay, da drinnen befinden sich nur Checks, mit denen wir uns schon auskennen beziehungsweise die wir schon mal implementiert haben. Wir haben gesagt, wir bauen ein oder wir schreiben ein Portfolio zusammen. Das heißt, wenn ein User zu uns kommt mit einer Anforderung oder ein IT-Mail, das ist immer, okay, Portfolio dauert zehn Minuten pro Service, ist erledigt. Parallel dazu gibt es das IT-End-to-End-Monitoring. Parallel dazu deswegen, um mal aufzuzeigen, die Sachen können sich nicht gegenseitig ersetzen und sie bauen dann nicht hundertprozentig aufeinander auf. Da gibt es auch noch zwei End-to-End-Messungen, die wir quasi aus dem Portfolio anbieten, nämlich ein HTTP-Request und ein BIN. Alles andere landet bei uns in einem Projekt oder in einem Change-Request, den wir ressourcentechnisch einplanen müssen, weil, genau wie du gesagt hast vorhin, man kann den User nie hundertprozentig darstellen, jede Applikation ist anders, viele Applikationen haben nicht einmal irgendeine API, die man andocken könnte oder simulieren kann. Aus dem Grund haben wir gesagt, okay, das End-to-End-Monitoring ist zu, sagen wir mal, 80% Projekt getrieben, kann man besser verrechnen, kann man den User noch erklären, wo das dauert, jetzt mal ein Monat, bis du da eine Lösung hast. und aus diesen zwei, übrigens, ist die Präsentationsschicht in dem Fall, und aus diesen zwei Komponenten, beziehungsweise aus diesen zwei Säulen bauen wir unser IT-Service-Monitoring auf, beziehungsweise unser KPI-Monitoring. IT-Service-Monitoring, ja, gerade erklärt, KPI-Monitoring, wir haben einen neuen IT-Controller gekriegt, plus einen neuen Chef, also KPI-Monitoring ist der absolut neueste Hype bei uns. Es geht einfach darum, zwei Services zu definieren, die dem Management oder der IT ermöglichen, dieses zu klassifizieren und zu verbessern. Das heißt, bei uns einerseits die Verfügbarkeit von dem Service, wobei wir wieder in die Sparte End-to-End gehen, beziehungsweise eben die Kapazität. Das heißt, Beispiel Storage, wie viel Kapazität steht uns noch der Verfügung, dass alle Mitarbeiter ihre Daten irgendwo sinnvoll ablegen können. Und das Modell ist so recht gut erklärbar, auch für Nicht-ITler, beziehungsweise für IT-Manager, die weniger ins Detail gehen wollen. Wer mit IT was zu tun hat, beziehungsweise den Deming-Kreis sowieso kennt, dem wird das bekannt verkommen. Wir versuchen uns an die vier Phasen zu halten, nämlich zuerst das Zeug zu planen, dann umzusetzen und im laufenden Betrieb zu überprüfen, ob das, was wir monitoren, überhaupt noch stimmt, beziehungsweise irgendwen interessiert. Dazu haben wir auch gesagt, in den einzelnen Gruppen sind unterschiedliche Leute gefragt, die mithelfen sollen und das fängt beim Planen einmal an, dass möglichst viele Leute dabei sein sollen und wir fangen mit einer Bestandsaufnahme an im Normalfall. Mein Kollege schaut mich ein bisschen verwirrt an, weil er das noch nie gesehen hat. Also im Endeffekt ist es meistens bei Kaffee-Trautsch, außer es bei größeren Applikationen, wo wir wirklich versuchen, rauszufinden, wer ist der Kunde und was will er. Das heißt, wir betreiben das Monitoring nicht als Selbstzweck und wollen wir so klasse finden. Also Isinga finden wir schon klasse, aber das Monitoring an sich wollen wir so betreiben, dass es einen Nutzen hat für die Leute. Und wie viel wollen oder können sie wissen? Also wir haben zwei Kategorien User, so Datenkraken, die quasi jedes rote Event in einem Windows-Server wissen wollen und wir haben so Leute, die einfach nur wissen wollen, gibt es einen Server. Daraus geht es rauszufinden, wer will eigentlich wie viel Informationen im Monitoring-System haben. Das ganze Meeting soll so sein, dass es detailliert genug ist für die Umsetzung. Also nach dem Meeting sollte für uns das Team klar sein, was tun wir, wo wollen wir hin, was wollen wir dem End-User präsentieren im Endeffekt. Der Workshop soll lang genug sein, um alle Punkte zu klären in dem Fall und es hat sehr, sehr praktikabel erwiesen, dass alle Know-how-Träger aus allen Schichten dabei sind. Das heißt, wenn der Service-Owner dabei ist, ist das zwar recht nett, aber dem fehlen manchmal, je höher er in der Hierarchie ist, die Detailinformationen zu einer Applikation, der war es über Applikation, euer 3 bis 7 Server, keine Ahnung. Darum sagen wir, wir möchten alle Leute an einem Tisch haben, die dafür verantwortlich sind und die uns nachher sagen, welche Informationen wollen sie bekommen. Und im Endeffekt gilt es auch diesen Kreis zu erklären, nämlich dass nach dem Meeting für die Benutzer des IT-Monitorings beziehungsweise für die Kunden die Sache nicht gegessen ist, sondern es gibt ständig was anzupassen. Es gibt ständig entweder die Abhängigkeiten zu definieren, neu zu definieren, weil neue Server dazukommen, weil die Applikation plötzlich clusterfähig geworden ist, was auch immer. Es gibt aber Dinge zu klären, wie Schwellwerte haben sich geändert. Mein Server ist plötzlich zu 99% ausgelastet, ist trotzdem nur okay, er funktioniert, wir passen Schwellwerte an. Also alles das muss dem End-User bewusst sein, dass das nicht bei uns im Monitoring-Team liegt und wir es nicht bewerten können, ob seine Applikation funktioniert. Wir können nur das umsetzen, was er braucht. Und für schwierige Kandidaten haben wir es eingeführt, dass wir ein Abnahmeprotokoll haben, weil die sitzen dann in einer Besprechung, nicken alles ab, sagen, super lässig, klasse, braucht man. Nach der Umsetzung von dem Ganzen sagen, nein, das wollten wir eigentlich ganz anders haben. Wenn man die Herrschaften das unterschreiben lässt, lesen sie es zumindest einmal nochmal durch und kommen drauf, ja, das wollen wir ja doch nicht so und das ist zu teuer, das dauert zu lang, das ist nicht schön genug, wie auch immer. Ein noch gemeinerer Punkt ist, wenn man das IT-Service nimmt und möglichst weit oben präsentiert, also Management-Ebene präsentiert und das sehr oft rot ist, dann kriegt der Kollege, der das Abnahmeprotokoll nicht sauber gelesen hat, regelmäßig eine drüber, weil sein IT-Service rot ist. Kleine Boshaftigkeit am Rande, aber zumindest man ist als Monitoring-Team aus dem Schneider. Zur Planung im Monitoring-Team, weil ich schon vorher angesprochen habe, wie komme ich zu den Daten? In unserem Fall, wir müssen uns irgendwie Plugins suchen, beziehungsweise mittlerweile geht es auch, dass wir kleine Skripte selber schreiben, aber wie gesagt, Betonung auf klein. Die Planung der Aufwände, was bei sämtlichen Vortragenden oder beziehungsweise bei allen Firmen, die uns Monitoring-Lösungen verkaufen wollten, das Problem war, ja, wir stellen das Ding hin, das Discovered, ihr klickt das mal, das Service zusammen, fertig, Es hat uns keiner gesagt, bis auf eine Firma mittlerweile, er gesagt, ihr könnt es rechnen, 50% organisatorischer Aufwand, 50% technischer Aufwand, Implementierungsaufwand. Das ist auch ungefähr das, was wir mitbekommen haben, nämlich das Implementieren dauert nachher gar nicht mehr so lang, aber bis die Leute wissen, halt, ich kriege eine Alarmmeldung, was muss ich mit der Alarmmeldung machen, nein, das geht mir überhaupt nichts an, kümmert sich darum, der Schwellwert ist falsch, das sind alles organisatorische Themen, die eigentlich niemand berücksichtigt, weil jeder glaubt, der das Monitoring-System einmal eingerichtet, lernt automatisch, ist quasi für sich selbst verantwortlich, ist nicht, also das muss den Leuten durchaus bewusst gemacht werden und dass ein gutes End-to-End-Monitoring eine gewisse Zeit braucht, um sinnvolle Ergebnisse auszuspucken. Das heißt, Planung der Aufwände ist die Anpassungen im laufenden Betrieb beziehungsweise die Anpassungen zwischen den Services, die Abhängigkeiten zu definieren und auch die Zeit für die Entwicklung des Ganzen. Und ein Punkt ist eben die Wartbarkeit im laufenden Betrieb. Man kann ein irrsinnig schönes IT-Service aufbauen, wenn es sich ständig ändert, ist man nur am Warten und man ist eigentlich nur mehr mit zwei Leuten dafür verantwortlich, zwei IT-Services regelmäßig updaten zu können. Ist sinnbefreit, sage ich jetzt mal. So, mit was haben wir das gemacht? Erstens mal das Do. Ja, liegt bei uns im Monitoring-Team, ganz klar. Die Business-Prozesse, das heißt so schön, so wird man es erfinden, nachher im Google oder auf den Plugin-Seiten. Wir verwenden drei Dinge, um das darzustellen. Einmal das Business-Prozesse-Add-On ist klein, fein, hat den Vor- und den Nachteil, man kann es automatisch generieren, man kann Abhängigkeiten und oder N von M definieren. Damit hat man aber das Problem, dann ist es aus. Und wenn ich mehr Logik in das Ganze reinbringen will und sage, okay, wenn dieses Service-Warning ist, dann ist es nicht kritisch, aber wenn dieses kritisch ist, ist es das nächste Warning. Das ist dann mit Ende Gelände. Das heißt, wir haben angefangen, noch weiter in die Tiefe zu bauen und verwenden zum Beispiel Check-Multi, um diese Evaluierungsmöglichkeiten auszunutzen und zu sagen, wenn, dann und überhaupt und nicht nur dieses und und oder. Eine Plage, das wir noch im Einsatz haben, ist Check-Cluster. Das heißt, das fängt auf einer relativ tiefen Ebene unten zu schauen, Cluster-Funktionalitäten, Redundanzen zu nehmen und wir brauchen das nicht oben weiterhin auszubauen. Die End-to-End-Checks bei uns sind Skripts und keine Roboter. Wir haben versucht, Roboter einzusetzen, wir hatten sie auch im Einsatz. Der Vorteil von Robotern ist ganz klar, er simuliert wirklich das End-User-Verhalten. Er simuliert, ob der End-User arbeiten kann, vor allem mit welcher Performance der End-User arbeiten kann. Die meisten Roboter werden damals ein schweineteures, kommerzielles Produkt, das hat das gleiche Problem gehabt, lassen sich leicht aus der Fassung bringen. Durch Pop-Ups, durch Screensaver, man kann das natürlich alles relativ gut abfangen, aber im Endeffekt war nichts wirklich so schön funktionell, dass man gesagt hat, okay, wir gehen den Aufwand ein und sagen, wir betreiben das Zeug. Vielleicht kennt irgendwer von euch einen guten Roboter, mit dem es besser funktioniert, würde mich freuen. Wir haben dann beschlossen, wir setzen Skripts ein. Die Skripts laufen am besten ohne GUI, das heißt, wir sind von der Client-Ebene komplett entfernt. Wie gesagt, hat den Achte, wir wissen nicht, wie schnell oder wie gut es für den Client ist. Wir haben aber konstantes Monitoring, das unabhängig ist von Patch-Level, von Internet-Explorern, von Firefoxen, von Security-Tools, von MacFIs, von was auch immer. Und wir haben über die Zeit einen Messwert immer vergleichen können, beziehungsweise wir haben auch Standort unabhängig die gleichen Messwerte. Das heißt, wenn am Standard X, jetzt Windows XP darf man eh nicht mehr verwenden, aber am Standard X wird Windows XP verwendet, Standard Y wird Windows 7 verwendet und am nächsten Standard Windows 8, hat man mit einem GUI-Roboter nicht mehr so klasse vergleichbare Werte. Wenn man das Ganze auf der Command-Line-Ebene macht, so wie bei uns, sind diese Messwerte auch sehr gut vergleichbar. Das heißt, SAP-Monitoring, das zeige ich euch nachher kurz noch, falls ich die Zeit habe, ja. SAP-Monitoring funktioniert zum Beispiel relativ gut, wo man sagt, okay, der Zugriff von Österreich auf Österreich ist im Millisekunden-Bereich, während von China nach Österreich der Zugriff dann doch schon 500 Millisekunden dauert. Das sind einfach Vergleichswerte, die kann man hernehmen, die sind richtig und anhand von denen kann man Performance-Verbesserungen machen. Mache ich das auf Kleinebene, spiele mir da wesentlich mehr Komponenten rein, die ich eigentlich wieder nicht beeinflussen kann. Als User-Interface wollten wir kurzfristig einmal Isinger Web einführen, verwenden, wie auch immer. Im Endeffekt haben wir das Frag genommen, das ist einfach geil. Es ist von der Usability her schön, es ist von der Oberfläche schnell und es hat bis auf eine Kleinigkeit, die ich nachher in Sven fragen werde, eigentlich alles, was wir brauchen, nämlich auch Reporting. Für das Reporting setzen wir das Frag ein, beziehungsweise PNP reicht in den meisten Fällen. Das heißt, eigentlich geht es unseren Chefs, die Reports haben wir rein um Tendenzen, um zu sehen, wie entwickelt sich irgendwas. Das heißt, für das Reporting reicht PNP vollkommen aus. Wenn es schöner, besser, SLA-mäßiger werden soll, dann halt das Frag Reports. Wer noch wach ist und noch aufpasst, die mit aufkommen sind, da fehlen noch zwei Teile, nämlich Check und Act. Die möchte ich jetzt einfach nur so kurz abhandeln, weil sie vorher schon gesagt haben. Das heißt, sobald ich etwas implementiert habe, muss ich auch schauen, dass die Werte stimmen. Das ist die Aufgabe in dem Fall vom Service Owner und der sollte uns Monitoring irgendwann informieren und sagen, Leute, das stimmt nicht, ziehen wir das nach. Damit passt auch die Messwerte beziehungsweise die oberste Information, dass der Service passt. So. Ein Beispiel von uns, ich kann, ich konnte leider nicht auf unser System so zugreifen, dass ich es live präsentieren kann, aber es gibt zumindest Screenshots. Das ist unser SAP Monitoring. Wie es momentan noch funktioniert. Die Jungs wollen sich selbst etwas bauen, aber gut, was wollen sie. Wir haben hier einen Haufen Messwerte aus dem SAP System. Ich glaube, das kann man nicht mehr von vorn lesen, also von hinten schon gar nicht. Wir haben da Dialog Response Zeit aus dem SAP. Wir haben eine Dialog Utilization. Wir haben die eingeloggten User und das Ganze haben wir pro System, das heißt für unsere Produktivsystem, für unser Qualitätssystem und für unser Testsystem. Im Endeffekt sind es die Informationen, die die Admins bekommen und die entsprechen im Team-Schichtmodell einerseits, die Plattform ist immer dabei, weil sobald die Plattform, alsobald die Applikation überwacht, muss die Plattform da sein. Wird aber in unserem Fall nicht nach oben repliziert, sondern das IT-Service, es gibt die vorher angesprochenen End-to-End-Checks, nämlich wir haben an jedem größeren Standort eine sogenannte Probe stehen. Diese Probe macht nichts anderes, als Skripts auszuführen. Sie verbindet sich zum SAP-System, sie lockt sich ein, sie führt eine gewisse Transaktion aus, die SAP-Pakete haben irgendwo im Zeitstempel eine Information, wie lange hat der Server zum Verarbeiten gebraucht und daraus ergeben sie die Kurven, nämlich diese hier, weiß nicht, ob man es sieht. Da unten gibt es etwas ganz kleines Gelbes, das ist die Applikationszeit, die der Server braucht, um die Anfolge zu verarbeiten. Der große Anteil da ist der Netzwerkanteil und dazwischen die obere Kurve, da gibt es noch einen kleinen Anteil, der ist aber vernachlässigbar und aufgrund der Klassenauflösung schaut das so aus, als wäre der unterhalb. Aber in der richtigen Darstellung sieht man wirklich da unten vielleicht, dass die obere Kurve, die Hüllkurve, wirklich der Gesamtzeit entspricht. Unser Vorteil aus diesem End-to-End-Monitoring ist eben genau das, was ich vorher gesagt habe. Bretton ist ein Standort in Deutschland. Man sieht eine angenehm niedrigere Responszeit. Atlanta, kennt man vielleicht, ist in den USA weniger angenehme Responszeit. Und dadurch hat man einerseits den Vergleich zwischen den Standorten also Deutschland, Österreich schnell, USA, Österreich nicht so schnell. Das heißt, man kann ansetzen dabei, die Netzwerkperformance zu verbessern, weil man einfach sieht, die Applikationszeit ist eigentlich immer gleich. Und was man noch schön sieht, ist, wenn das System nicht verfügbar war, gibt es nirgends Messwerte. Umgekehrt, oder ein weiterer Vorteil ist, über die Zeit gesehen, haben wir da, hatten wir da ein Netzwerkproblem. Das heißt, die Applikationszeit bleibt weiterhin klein, aber da hat es einen irrsinnigen Bieg gegeben in der Netzwerklatenz. Und dafür verwenden wir das End-to-End Monitoring und das ist in diesem Fall die Variante, die uns am meisten Informationen bringt. Was wir nicht machen, ist, auf Biegen und Brechen alles umzusetzen. SAP hatten wir die Möglichkeit, da ein sinnvolles End-to-End Monitoring zu implementieren, während wir beim Citrix das nicht hatten. Unsere Citrix-Farmen schon so aus, dass die Farmen weltweit verteilt sind. Man kann so Dinge wie Login oder sonstiges überprüfen, aber im Endeffekt kann kein Mensch sagen, beziehungsweise doch unser Citrix-Admin, wo ein User landet, wenn er sich einloggt. Und egal, was wir End-to-End messen würden bei den Citrix-Meldungen, man kann es nie wirklich in Relation zu den User-Problemen führen. Also zumindest nicht mit unserem Monitoring-System. Das wäre, was man mit dem Roboter machen könnte, aber wie gesagt, da haben wir noch keinen Gescheiten gefunden, der das wirklich problemfrei macht. Darum haben wir das gemacht mit dem Business Process Add-on, kennen vielleicht einige von euch, und da kann man es recht schön auftröseln und da sind wir wieder auf dieser Ebene beziehungsweise bei den Abhängigkeiten. Weil Citrix zu kurz ist, heißt das bei uns Service-Based Application Delivery. Darunter versteht man einerseits die 4.5-Umgebung, die Xen-6-Umgebung, Lizenz-Server und spezielle Server, wobei ich jetzt nicht weiß, was das ist. Diese Sachen sind unverknüpft, das heißt, fällt eines davon aus, repliziert sich der Fehler nach oben. Nur zur Anschaulichkeit halber, wir haben Xen-6 auf folgenden Standorten, das heißt, damit Xen-6 funktioniert, muss es an allen Standorten funktionieren. Nehmen wir Grazie haben wir unsere zwei Service-Gruppen an Servern, einerseits die Web-Frontend-Server und andererseits die Xen-6-Applikations-Server und damit Xen-6 funktioniert, hier haben wir es oder verknüpft mittlerweile nach den Screenshots beziehungsweise N von M, also das heißt, wenn von den 10 Servern, die wir insgesamt haben, 8 funktionieren, reicht es. Ja, und wenn ich auf den Server selber noch klicke, sehe ich einfach wieder ein Checkmulti, das die ganzen Services, die für Citrix relevant sind, abprüft. Das heißt, im Endeffekt sind wir nur auf dieser Ebene unterwegs und haben keinen sinnvollen End-to-End-Check. Ja, zusammenfassend heißt das für uns, wichtig ist es, die organisatorischen Aufwände einzuplanen, fürs Monitoring-Team beziehungsweise auch für die Gruppen, die unser Monitoring einsetzen wollen. Die Kommunikation mit dem Kunden ist sicherzustellen, das heißt, wenn der Kunde ein Monitoring-Service haben will, muss er auch wissen, was es für ihn bedeutet, also nicht, dass er sofort aus dem Schneider ist, sobald das Projekt umgesetzt ist. Wartbarkeit im Laufenden, Betrieb ist ein großes Thema, eben aufgrund unserer enormen Ressourcenstärke im Monitoring-Team muss es aktuell sein, weil ein Monitoring, das nicht aktuell ist, bringt kein was. Und ganz wichtig am Ende ist die Korrelation zwischen den Daten der Zielgruppen. Das heißt, es muss immer das Management und die User-Daten müssen einmal ident sein und die sollten sich so weit mit den Administratoren-Daten decken, dass man sagen kann, es hat einen Ausfall gegeben und aufgrund der Abhängigkeiten kann ich feststellen, wo der Ausfall stattgefunden hat. Ja, von meiner Seite war es das jetzt. Gibt es Fragen? Bitte. Die regelmäßigen Anpassungen, die Sie da vornehmen, wenn Server hinzukommen und so weiter. Sie können ja nicht jedes Mal nachfragen, wie ist ein Server dazugekommen? Haben Sie es so geregelt, dass die Teams da auf Sie zukommen und sich melden müssen, wenn etwas zukommt? Und machen die das dann auch? Die Frage war, wie schaut es mit den regelmäßigen Anpassungen aus? Woher? Wie kommen wir zu den Informationen? Es gab tatsächlich Teams, die gesagt haben, wir sollen regelmäßig nachfragen, ob Sie etwas geändert haben. Die haben wir ausgelacht. Die Information ist so, wir haben ein Ticketing-System und eine E-Mail-Adresse, wo wir sagen, wenn dein System sich ändert, bitte schickt Tickets einfach dann uns. Das heißt, das Thema Monitoring hat sich bei uns auch sehr langsam entwickelt. Wie angefangen haben in der Firma, das ist jetzt doch sieben Jahre her, gab es zwölf Monitoring-Tools. Jedes war quasi unabdingbar und jedes Monitoring-Tool, was ich abgelöst habe damals, hat mir irrsinnig Ärger mit dem Besitzer eingebracht und die wollten eigentlich nichts mehr mit uns zu tun haben im Endeffekt. Mittlerweile sind alle auf dem Level, dass sie sagen, hey, das Monitoring funktioniert, es kommt uns gescheits raus, wir sind auch bereit, Daten zu liefern. Also das ist eben genau das, wo wir gesagt haben, die User müssen wissen, sie müssen uns Daten liefern, weil sonst ist das Monitoring für ihr Service wertlos. Wie hat die Migration stattgefunden? Oder habt ihr auch angefangen mit dem klassischen Monitoring, wie ihr beschrieben habt, mit Servern, Netzwerk, ähnlichem, und dann haben wir diesen Wechsel in dieses Service-Monitoring mit diesen Unverknüpfungen und so weiter und so fort. Stellst du mir das vor, mit dem Migrationsaufwand oder irgendwann mal grüne Wiese, alles neu gemacht, aber wie hat das stattgefunden? Die Frage war, wie sind wir von einem klassischen Monitoring zu diesem Service-Monitoring gekommen? Grundsätzlich, wir sind noch nicht gekommen. Wir bauen das regelmäßig um. Bei uns kommt von der Kultur her so, dass immer mehr IT-Services definiert werden als solche. Die ganze Geschichte ist einfach so, dass wir generell, wenn User oder wenn Kunden-Monitoring fragen, ob es in diese Richtung gehen soll und jede neue Implementierung bauen wir in diese Richtung auf. Bestehen die Implementierungen als Change-Request, wenn andere sagen, okay, hey, wir haben gesehen, bei Team XY funktioniert das jetzt besser, das schaut schöner aus und bessere Informationen, bauen wir doch bitte meinen Service auch um. Jo. Die Frage ist, welche Monitore haben wir getestet? Und wenn wir keine Roboter verwenden, ob wir dann nicht dieses End-to-End-User-Monitoring der Informationen berauben. Ich möchte jetzt zum zweiten Punkt antworten, ja. Also grundsätzlich, es gehen Informationen verloren, aber der Aufwand für uns, Monitoring-Roboter zu betreiben bzw. zu administrieren, ist viel zu hoch, als dass es den Nutzen widerspiegelt, den wir davon hätten. Das heißt, wir haben die Skripts deswegen genommen, weil sie erwartbarer sind, gehen aber das Problem damit ein, dass wir sagen, es ist nicht das, was der End-User spürt. Zur ersten Frage, wir hatten Alcatel, Lucent, Vital-Apps im Einsatz und die haben auf voller Länge versagt. Lag aber auch mitunter daran, dass wir am Anfang wenig Erfahrung hatten und auf voller Länge versagt, heißt einfach, dass die Roboter abgestürzt sind. Wenn man kein Feedback vom Roboter kriegt hat, bist du jetzt durchgelaufen? Der SAP-Transaktion hat halt immer 14 Stunden gedauert, bis der Roboter durchgebootet wurde oder die Maschine durchgebootet wurde. Das war leider etwas. Ein zweiter Test, den wir durchgeführt haben, war kurz mit Auto-IT. Haben wir aus Zeitgründen aber abgebrochen und eine Firma, die uns das Blaue vom Himmel versprochen hat, die gut klingt, aber sauteuer, ist die Firma Service Trace. Die gehen nicht auf den klassischen Ansatz, quasi in den Fenstern bzw. in den Dialogen von Windows herum zu stöbern und zu schauen, was wo ist, sondern die machen wirklich Screenshots vom Bildschirm und versuchen anhand von Analyse und Parametern rauszufinden, ist der Button jetzt größer, kleiner, hat sich die Auflösung geändert, wie auch immer. Klingt vielversprechend, ist sauteuer. Werden wir uns anschauen, wenn es uns irgendwer zahlt von unseren Monitoring-Kunden. Ja, ihr habt ja versucht, die Architektur oder die Abhängigkeiten zu erfassen. IT-Service-Management ist im Moment ein großes Thema, aber ich vermisse da so ein bisschen die Software-Architektur bei all dem. Habt ihr da Informationen auch erfasst wirklich? Also was weiß ich, wenn ich jetzt eine EJB-basierte Architektur habe und Webservices darunter und dann Datenbankzugriff darunter, dann möchte ich ja vielleicht diese ganzen Abhängigkeiten mitnehmen. Habt ihr das auch drin, in eurem Modell? Grundsätzlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das war leider ein bisschen leise, geht es darum, große komplexe Strukturen zu monitoren und auch Webservices bzw. Komponenten, wovon die Software abhängt, mit zu monitoren. Ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, das ist in den Komponenten angesiedelt. In dieser Schicht Komponenten bzw. Applikation. Wir versuchen das Ganze insofern schlank zu halten, dass wir sagen, wir überwachen nur die Komponenten, die wirklich aussagekräftig sind bzw. wo sich die Checks auch lohnen in dem Fall. Das heißt, bei der Befragung, beim Interview versuchen wir wirklich die Applikation zu verstehen und überwachen und auch mit unserem Know-how eben der Abhängigkeiten, wie baut man IT-Service-Monitoring auf bzw. den Aufwänden, die dahinter stecken. Einfach einmal ein System zu finden, wo man sagt, okay, das stimmt, das passt. Also wir versuchen sehr wohl, so viel wie möglich einen reinzubauen, aber eben so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ich beantworte das ungefähr die Frage. Ich hätte nochmal die Frage, wie lange ihr jetzt sozusagen dabei seid, wie lange ihr das jetzt in eurem Zwei-Mann-Team sozusagen jetzt macht. Hintergrund der Frage, das ist ja schon öfter hier diskutiert worden, gerade was das Business-Monitoring angeht. Und ich für mich persönlich habe festgestellt, wenn man das ans IT-Team nach draußen gibt, schläft es irgendwann ein. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn man in der IT größer wird und mal auf 1.000 Hosts und 15.000 Services zukommt, dass man das nicht mehr selber handeln kann. Wie wollt ihr damit umgehen? Okay, die Frage war, wenn die IT-Infrastruktur wächst, wie wollen wir mit den Anforderungen bzw. mit den Änderungen und mit der Komplexität weiterhin umgehen? Schlagt in dieselbe Kerbe, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Wir versuchen die Services deswegen schlank zu halten und auch deswegen nicht unser komplettes System darauf umzustellen, sondern einfach nur auf IT-Services, wo wirklich der Wunsch vom Kunden kommt. Wenn wir versuchen, das auf Biegen und Brechen in die Breite zu bringen und sagen, jedes IT-Service wird so gemonitert. Ja, genau. Also mit Kunden meine ich Kollegen in der IT, Service-Owner, wie auch immer. Also wir sind von den Teams her so aufgestellt, dass wir sagen, ein Kunde kann sein, ein Standortverantwortlicher, der für den Standort in Mexiko, weil es jetzt gerade ein Thema ist, verantwortlich ist und sagt, ihr habt drei Server, bitte überwachen wir die. Während ein Kunde sein kann, Hausintern, der sagt, okay, ich bin für die CAD-Applikation XY zuständig, die, ich habe mir sowieso Kopfzerbrechen bereitet, die an jedem zweiten Standort einen Depot-Server hat, wo Daten liegen, der die gecashten Daten wieder mit irgendeinem Storage auf irgendeinem anderen Standort repliziert, aber die Kern-Applikation zur Authentifizierung ist in Graz zentral gehostet. Grundsätzlich versuchen wir die Service zu verstehen und die Umsetzbarkeit zu machen. Und wenn es heißt, wir können es nicht umsetzen, ressourcentechnisch können wir es nicht umsetzen. Das ist nur wieder ein politisches, organisatorisches Thema. Theoretisch ja, praktisch würde es aber bedeuten, auch die User zu schulen. Also wir haben ganz unterschiedliche User, die sagen, hey, warum können wir nicht selber unsere Konfigurationen machen? Ist ganz klar, wir sind jetzt momentan nur auf Config-File-Ebene, also mit relativ vielen Abhängigkeiten und die wollen wir nicht aus der Hand geben. User bzw. Teams, die ihre Applikationen so überwachen wollen, dass sie sagen, hey, sagen wir mal meine Server, sagen wir mal meine Applikationen. Und diese Abhängigkeiten sind mir eigentlich wurscht. Ich will nur wissen, es geht nicht. Ich will das Problem beheben. Diesen Usern wollen wir in Zukunft aber Frontend anbieten, wo sie sagen können, okay, diese Server administriere ich. Und dieser Ansatz ist ein Ansatz für alle Teamleiter oder Kunden, die ihn wollen. Das ist nichts, was wir wirklich in die Breite bringen wollen. Also wollen schon, aber noch nicht müssen. Zum Thema Korrelation. Wie setzt ihr die Korrelation bei euch im Unternehmen um? Sprich, wie bringt ihr die unterschiedlichen Daten zusammen, um sie wirklich in dem Service zu definieren? Weil da haben wir zurzeit so ein paar Probleme mit. Weil wir unterschiedliche Komponenten einsetzen und die wollen wir ja irgendwie zusammenbringen, um eine vernünftige Information rauszubekommen. Und zum zweiten Thema Service-Trace. Das setzen wir jetzt seit einem Jahr produktiv ein. Also da könnten wir uns mal kurz schließen. Ja gut, die Frage war, wie korrelieren wir die Daten, beziehungsweise kommen wir zu korrelierten Daten. Und das zweite war ein sehr gutes Feedback da beim Kaffee. Das mit den korrelieren Daten ist irrsinnig schwierig. Wir haben auch keine Lösung, die wirklich hundertprozentig funktioniert. Der erste wichtige Ansatz ist, es ist alles in Isinga drinnen. Das heißt, der Ansatz, diese Daten irgendwie korrelieren zu können, heißt, ich muss es irgendwo ins Isinga bringen. Wenn ich versuche, Daten aus einem anderen Monitoring-System mit den Daten aus Isinga zu korrelieren, keine Chance, das wären zwei Reports, die müsste man irgendwo in eine Datenbank beide reinmigrieren und dort irgendein Reporting-Team dransetzen, dass man daraus sinnvolle Reports generiert. Also, für unser Ding der Unmöglichkeit. Wir versuchen alles im Isinga zu haben und scheitern da teilweise schon an Reports, weil einfach die Daten, die aus den Plugins kommen, oft sehr unterschiedlich sind, sich plötzlich Anforderungen ändern und man muss Datenbank-Informationen plötzlich noch einmal weiter aufteilen in kleinere Stücke, um die in irgendeine Verbindung zu setzen. Und das war auch ein Grund, warum wir Isinga eingesetzt haben, weil die IDO-Utils in die Oracle-Datenbank schreiben können und unsere ganze Business Intelligence funktioniert über ein eigenes Team und wir haben gesagt, wann jemand Reports braucht, dann schieben wir die Daten ins Oracle, dann kümmert sich das BI-Team darum, einen schönen Report zu zaubern und nicht via Monitoring. Also, einziger Tipp, den ich jetzt momentan mitgeben kann, schauen, dass alles im Isinga ist und die Daten aus dem Isinga irgendwie verarbeitet werden oder korreliert werden. Okay, dann vielen Dank soweit. Wir müssten dann mit der Zeit dann auch weiterkommen. Vielen Dank, Oliver. Der ist auch noch zweitageneidig. Ich könnte da noch eine Frage stellen. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Präsident.